Hallo Leute, leider kann ich euch meinen Namen nicht verraten, sonst könnte mich jemand wiedererkennen. Ich schäme mich nicht für meine Taten, eigentlich bin ich ja ziemlich stolz darauf, aber vielleicht ist es meinen Eltern unangenehm, was ich euch erzähle. Deshalb habe ich beschlossen, meine Identität geheim zu halten. Ich hoffe, dass ihr versteht. Vor drei Jahren, als ich 14 war, hatte mein Vater zusammen mit einem Partner eine Autowaschanlage. Alles war bestens. Finanziell ging es uns wirklich sehr gut. Mein Bruder und ich besuchten eine Privatschule. Wir zogen in eine schicke Gegend. Man gewöhnt sich schnell an schöne Dinge. Schon nach kürzester Zeit fühlte es sich an, als hätten wir schon immer solch ein Leben gehabt. Aber eines Tages war das plötzlich alles vorbei. Die Firma meines Vaters wurde durchsucht. Es stellte sich heraus, dass sein Partner mit der Autowaschanlage Geld wusch. Wir fanden heraus, dass er seit Jahren mit Drogen handelte. Die Polizei verhaftete auch meinen Vater, ließen ihn aber gehen, als sie feststellten, dass er nichts über diese illegalen Geschäfte wusste. Wegen seines Partners wurde die Waschanlage jedoch beschlafnahmend. Natürlich hatte all das meinen Vater sehr traumatisiert. Er konnte nicht fassen, dass er betrogen worden war und Teil illegaler Geschäfte gewesen war. Unser Leben wurde plötzlich völlig anders. Einige Monate später raffte mein Vater sich wieder auf und eröffnete eine neue Autowaschanlage. Leider liefen die Dinge nicht wie erwartet. Nach einer Weile musste er wieder schließen. Für sein neues Unternehmen hatte er einen Kredit aufgenommen. Als er ihn nicht zurückzahlen konnte, ging er bankrott. Wir verloren alles, was wir hatten. Es war eine sehr schwere Zeit für meine Familie. Ich wollte helfen, also bat ich den Vater eines Freundes um einen Job. Nach der Schule wusch ich nun zum ersten Mal in meinem Leben in seinem Restaurant Geschirr. Es war nicht der beste Job, aber ich war froh, Geld zu verdienen. Ich arbeitete bis spät in die Nacht und ging am nächsten Morgen in die Schule, ganz egal wie müde ich war. Ich arbeitete sechs Tage die Woche und hatte nur einen Tag frei. Früher hatte ich meine ganze Freizeit mit Computerspielen verbracht, doch jetzt musste ich meine Hausaufgaben machen. Eines Tages erzählte mir ein Freund, dass eines meiner Lieblingsspiele eine neue Karte hatte. Ich wollte sie mir nur kurz ansehen. Als mein Vater in mein Zimmer kam, sah er mich Computerspielen. Er wurde sehr wütend. Deine Mutter und ich versuchen die ganze Zeit herauszufinden, was wir tun sollen. Wir können kaum schlafen. Aber du spielst deine Spiele, als wäre nichts passiert, sagte er. Er sagte, ich sei egoistisch. Er wurde immer wütender. Schließlich sagte er, wenn du deinen eigenen Computer kaufst, kannst du spielen, so viel du willst und nahm mir den Laptop weg. Das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Ich weinte stundenlang unter meiner Decke, weil es so unfair war. Dann hörte ich einfach auf zu weinen. Ich sagte mir, hör auf mit deinem Selbstmitleid. Es war schon fast morgen. Ich schwor, mich nie wieder in Selbstmitleid zu suhlen. Ich würde alles tun, um dieses Versprechen zu halten. Völlig übermüdet ging ich zur Schule. Als meine Freundin mich sah, wusste sie sofort, dass etwas los war. Ich erzählte ihr, was mein Vater getan hatte. Zuerst war sie sehr aufgebracht, aber als ich ihr von meiner Entscheidung erzählte, war sie stolz auf mich. Sie sah mich an und sagte, du bist ein wirklich lustiger Mensch. Und ich glaube, du könntest Geld damit verdienen. Ich habe eine Idee. Ich kann dir helfen, wenn du es versuchen willst. Nach der Schule ging ich nicht zur Arbeit. Stattdessen gingen wir zu meiner Freundin. Ein paar Stunden später saß ich mit einer Hühnermaske auf dem Kopf vor ihrem Computer. Ich erstellte einen Account bei Twitch und begann zu streamen. Ich spielte wie alle anderen, aber es war etwas anders an mir. Ich trug eine Maske und gackerte dabei. Meine Freundin hatte die Idee für den Halbmensch-Halbhuhn-Charakter. Die Maske gehörte ihrem Bruder. Ich gackerte und machte Witze, als wäre ich ein Huhn. Meine Freundin lag lachend auf dem Boden. Ihr Lachen spornte mich so sehr an, dass ich mich besser schlug als erwartet. Es war wie meine eigene Show. Nach zwei Stunden hatte ich 500 Zuschauer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Geräusche ich bei meiner ersten Spende machte. Es war der perfekte Abend. Ich war voller Hoffnung. Dank meiner Freundin konnte ich meinen alten Job kündigen. Ich möchte diesen Job nicht schlechtreden. Aber ich war sicher, auf Twitch schneller und mehr Geld zu verdienen. In den nächsten Tagen liefen die Dinge sogar noch besser als erwartet. Mein Publikum wuchs und wuchs. Aber weil ich mich Big Bird nannte und die ganze Zeit eine Maske trug, wusste niemand, wer ich war. Für sie war ich nur ein großer, lustiger Vogel. Da war aber auch das hübsche Mädchen, das nie vor der Kamera erschien, dessen Lachen aber jeder hören konnte. Meiner Familie erzählte ich von dem Twitch-Account nichts. Ich wollte es meiner Mutter und meinem Bruder erzählen, aber ich hatte Angst, dass mein Vater davon erfahren könnte. Sie alle dachten, ich arbeite noch im Restaurant. Ich fragte mich, ob mein Vater etwas lockerer gewesen wäre, wenn er wüsste, dass man mit Videospielen Geld verdienen konnte. Vermutlich nicht. Eltern mögen es nicht, wenn ihre Kinder Videospielen. Sie versuchen immer, sie davon abzuhalten. Ich weiß das und kann verstehen, warum. Aber ich glaube, mein Vater konnte Videospiele einfach nicht abhaben. An jenem Abend hatte er nur seinen Hass entladen und unsere Probleme als Ausrede vorgeschoben. Eines Abends passierte etwas sehr Interessantes. Ich trug wie immer meine Maske und streamte. Auf dem Bildschirm erschien eine Chat-Nachricht. Big Bird, du bekommst die größte Spende deines Lebens, wenn du deine Maske abnimmst. Die Nachricht kam von einem meiner treuesten Fans, Ringo Starr. Er spendete jeden Tag. Ich gackerte. Größte Spende meines Lebens? Ich bin vor kurzem erst aus meinem Ei geschlüpft. Egal was du tust, es ist ohnehin die größte Spende meines Lebens, sagte ich. Du hast recht. Okay, dann machen wir folgendes. Ich bin sicher, dass nicht nur ich, sondern jeder, der gerade zusieht, dein Gesicht sehen will. Nimmst du deine Maske ab, wenn jeder so viel spendet, wie er kann? antwortete er. Ich hielt einen Moment inne. Ich sah meine Freundin an. Sie schüttelte den Kopf. Ich sollte es nicht tun. Ich wusste, dass es kein Zurück mehr gab, wenn ich Ja sagte. Aber wir waren live. Ich konnte den Stream beenden, sobald ich die Maske abgenommen hatte. Ich wollte meine Identität nur vor meinem Vater verbergen, nicht vor den anderen. Mein Vater kannte sich in Sachen Technik gar nicht aus. Twitch war für ihn wie ein anderer Planet. Es kamen immer mehr. Nie und nimmer würde er herausfinden, was ich hier machte. Ich holte Tiefluft. Ich sagte, na dann fangt an zu spenden. Zeigt mir, dass ihr mein Gesicht wirklich sehen wollt. Wenn ihr mich überzeugt, werde ich kurz zum Menschen. Während ich noch redete, trudelten die ersten Spenden ein. Meine Freundin schlug die Tür zu und ging. Es war mir eigentlich egal. Die Höhe der Spenden verschlug mir den Atem. Es kamen immer mehr. Als die Spendenbenachrichtigungen verstummten, wartete ich eine Weile. Ich konnte die Zuschauer nicht sehen. Aber ich wusste, sie hielten alle den Atem an. Gackant dankte ich ihnen. Okay, ihr habt mich überzeugt. Ich nehme für 20 Sekunden die Maske ab. Dann gehe ich offline. Aber morgen ist Big Bird wieder zurück, sagte ich. Ich wartete einen Moment. Ich nahm die Hühnermaske ab und blickte in die Kamera. Man konnte mein Gesicht deutlich sehen. Ich zwinkerte den Zuschauern zu. Dann lockte ich mich aus. Ich fühlte mich echt komisch. Ich überprüfte, wie viel Geld ich bekommen hatte. Es war überwältigend. In diesem Moment stürmte meine Freundin ins Zimmer. Ich sagte doch, tu das nicht. Das Geheimnis ist raus. Warum sollte dir jetzt noch jemand zusehen, sagte sie wütend. Ich sagte ihr, dass ich die Maske nicht trug, um anonym zu bleiben, sondern um zu vermeiden, dass mein Vater davon erfuhr. Schau dir das ganze Geld an. Glaubst du nicht, dass es das wert war, sagte ich. Sie sah mich an und sagte, ich hoffe, du wirst es nicht bereuen. Am nächsten Tag ging ich nach der Schule direkt nach Hause. Mein Vater lächelte, als er mich sah. Hast du heute frei? Dein Bruder ist mit deiner Mutter beim Zahnarzt. Komm, lass uns einen Kaffee trinken und etwas quatschen. Sagte er und ging in die Küche. Als er zurückkam und das Geld auf dem Kaffeetisch sah, war er vollkommen sprachlos. Ich fragte, reicht das, um deinen Kredit abzubezahlen? Mein Vater stand immer noch unter Schock. Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Aber wo hast du das Geld her? Wem gehört es? Fragte er. Es gehört dir, sagte ich stolz. Bitte frag nicht, wo ich es her habe. Ich kann dir nur sagen, dass ich es völlig legal verdient habe. Er setzte sich zu mir und umarmte mich. Du hast es online verdient, oder? Oh, entschuldige, nicht online. Mit Videospielen. Ich weiß, dass du nicht mehr im Restaurant arbeitest, Big Bird, sagte er. Er lächelte so sehr, dass ich seine Zähne sehen konnte. Scheinbar hatte ihn der Vater meiner Freundin angerufen. Die Kinder tun nichts Böses, aber meine Tochter hat gesagt, dass du nichts davon weißt. Ich dachte, das solltest du aber. Sei aber nicht böse. Du solltest stolz sein auf deinen Sohn. Er macht das super, meinte er. Seitdem hatte mein Vater mir immer zugesehen. Ich war sehr überrascht, als er mir seine Lieblingswitze aus dem Stream erzählte. Ich hatte nie gedacht, dass er meine Art von Humor mocht. Am Tag zuvor war er jedoch bei meiner Show eingeschlafen. Er wusste also nicht, dass ich die Maske abgenommen und die Spenden bekommen hatte. Er war ziemlich gerührt, als ich ihm davon erzählte. Sie haben dir das ganze Geld gegeben, nur um dein Gesicht zu sehen? Und du möchtest es mir geben? Ja, ich wollte es ihm geben. Ich war so stolz, meinem Vater dabei helfen zu können, seinen Kredit abzubezahlen. Am nächsten Abend saß ich zum letzten Mal im Zimmer meiner Freundin und streamte. Denn mein Vater und ich hatten vereinbart, dass ich das nun von zu Hause aus tun würde. Doch es wartete eine Überraschung auf mich. Obwohl ich die Hühnermaske trug und super Witze machte, hatte ich weniger als 100 Zuschauer. Ja, das Geheimnis war jetzt endgültig gelüftet. Jeder wusste, wie ich aussah. Selbst RingoStar, der die ganze Zeit Spendenaktionen losgetreten hatte, um mein Gesicht zu sehen, schaute nur kurz zu. Danach versuchte ich, andere Tiermasken zu tragen und neue Charaktere zu erfinden. Nichts funktionierte. Ich hatte meine ganzen Follower verloren. Nach einer Weile hörte ich auf zu streamen. Aber ich war so stolz auf das, was ich zuvor erreicht hatte, dass es mir egal war. Heute habe ich sowieso keine Zeit für etwas anderes, weil ich meine Zeit mit meinem Vater in dem Internetcafé verbringe, das wir eröffnet haben.